Wien-Hofburg, 4.12.1860 Ein paar Tage später trafen endlich die lange erwarteten Zeilen aus Portugal ein. Und man konnte nun sicher sein, dass Kaiserin Elisabeth Madeira mit ihrer Gefolgschaft wohlbehalten erreicht hatte. Sissis Ankunft am 23. in Fongal erfuhren wir am 5. Früh durch einen Telegrafen vom 4. von Lissabon. Sissis hatte einen tüchtigen Sturm zu bestehen, der die Yacht mit einem Teil ihres Gefolges im Hafen von Sige in Portugal einen Tag lang zurückhielt. Sissis Sekretär Bayer, der mehrere Tage vor Sissi in Fongal eintraf, schrieb von dort seiner Frau, er glaube, sich in einem schönen Traum befangen zu finden. So bezaubernd ist die herrliche Insel mit ihrer wundervollen frischen Vegetation, ihrer Fülle von Blumen aller Gattungen und von den glühendsten Farben. Sie bedecken die Häuser, die Bäume und Sträucher und Gärten. Erzherzogin Sophie, Wien-Hofburg, 9.12.1860 Sensationelle Neuigkeiten aus der Kindheit Kronprinz Rudolfs Erzherzogin Sophie, Wien-Hofburg, 26.12.1860 Und bitte schauen Sie darüber nach suo sitzbar! Sie sehen uns auch nachher und das Spiel zu diesen Diktor. Sie sehen sich eine sehr gute Idee, die Nachricht in der alguém in der Frau war, Sie sehen uns. Sie sehen uns schon wieder.